Hallo, mein Name ist Julia und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit unserem Lagerprogramm hier einen Datensatz neu anlegen kann. Das geht sehr simpel, indem man zum Beispiel hier rechts auf Datensatz neu anlegen klickt. Da öffnet sich sofort so ein kleines Pop-up Fenster. Dort muss man jetzt die Artikelnummer eingeben. Dann nehmen wir mal die 23 als Beispiel, sagen OK und er möchte dann auf alle Fälle eine Anfangsmenge Bestand haben. Gehen wir mal in die vollen 1000 Stück. So, und nachdem wir also diese zwei grundlegenden Sachen eingegeben haben, Artikelnummer und Bestandsmenge zu Anfang, der kann natürlich auch Null sein, öffnet sich dann die Detailmaske und dort können weitere Sachen eingegeben werden. Unser Artikel braucht natürlich auch nochmal einen Text, also nennen wir das Ganze jetzt Hammerstil. Wir möchten das vielleicht einer Warengruppe zuordnen und sagen, das gehört zu Verbrauchsmaterial und natürlich auch einen Lagerort. Dort sagen wir Edit, weil wir einen Lagerort auswählen möchten oder vielleicht noch einen hinzufügen. Wir nehmen jetzt einfach mal Auswählen und da haben wir so schöne Lagerorte wie den Sternenzerstörer A467. Der passt doch wunderbar. Zusätzlich kann man hier noch weitere Felder ausfüllen wie Material. Das ist in unserem Fall dann Hickory Holz. Man kann eine Farbe eingeben. Einsatz in. Das ist jetzt willkürlich von mir gewählt. Das sind sechs Freifelder, die man frei hat, um halt seinen Artikel noch besser beschreiben zu können. Genauso gibt es hier die Möglichkeit, einen Lieferanten auszuwählen. Da sagen wir jetzt, das wird von Darth Vader persönlich Gefühle an uns geliefert. Und es gibt noch weitere Listen, wo man halt Sachen auswählen kann. Vorher vordefinieren etc. Zusätzlich kann man hier noch einen Mindestbestand eingeben. Da sagen wir, wir brauchen immer 100 Stück. Nicht 1000, sondern 100. Und man kann auch gerne Preise hier vergeben. Zum Beispiel einen VK-Preis oder einen EK-Preis. Je nachdem, was man gerne möchte. So, und das soll jetzt unser VK sein. Und das da soll unser EK-Preis sein. Da sagen wir mal 2,30 Euro. Und dann kann man hier unten kalkulieren. So, es gibt natürlich noch ein Lagerungsdatum oder ein anderes Datum, Mindesthaltbarkeitsdatum, Rode-Datum, Erstellungsdatum, was immer ihr möchtet. Das kann man dann später hier intern machen. So, Exit und fertig. Und wie ihr seht, ist hier unser neuer Artikel angelegt worden. Jetzt sagt ihr, oh, verflixt. Jetzt habe ich das völlig falsch gemacht. Ich wollte ja gar keinen Hammer-Stiel eingeben. Das sollte doch eigentlich Hammer-Kopf heißen. Gar kein Problem. Geht man einfach auf Details und ändert das, indem man sagt, das ist jetzt hier ein Hammer-Kopf. Exit, fertig. Wenn der Artikel trotz alledem euch nicht passt oder ihr den falsch angelegt habt, gibt es immer noch die Möglichkeit, hier auf Datensatz zu gehen, Datensatz löschen zu sagen. Da wird man dann gefragt nach der Sicherheitsfrage, nämlich nach dem User. Das ist der User, mit dem ihr euch an eurem PC angemeldet habt. Einfach kurz eingeben, dann OK sagen und schon wird der Datensatz gelöscht. Das war es auch schon zum Datensatz neu anlegen. Vielen Dank und einen schönen Tag.